Schönen guten Abend, wir begrüßen Sie im Gärtskeller zum Eröffnungszelt der Session und wir haben am Piano den Nikolaus Ehring, wir haben einen Bass den Hans Föhn, ich danke für heute mich selbst und wir stehen jetzt in eine halbe Stunde und dann ist die Session auf. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Un po' di D.R. 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 Un po' di D.R.